Top 10 ist eh gut. Top 10 ist eh Baba eigentlich. Ok Aufträge, Aufträge. Aufklärung brauchen wir, Aufklärung. Egal wo Aufklärung muss ich es richtig machen. Passt. Das ist gefährlich, ja. Andere gibt es nicht, gell? Hier? Gehen wir das? Nein, das ist Plünderung. Ja, ja, ja. Ja. Bruder, es fliegen urviele, Mann. Flick mal dabei da rein. Tun wir ein bisschen da looten, nehmen wir Waffe und gehen wir weiter dann. Bruder, ich bin gleich schon bei Aufklärung, Mann. Egal, ich nehme Aufklärung an. Und dann, falls nicht Maya gehe, Bruder, ihr könnt es weitermachen. Mal zur Aufklärung. Passt. Mal zur Aufklärung, die. Mal zur Aufklärung, und auch. Mal zur Aufklärung, die. Mal zur Aufklärung, die sind meistens ein Mal zur Aufklärung. Warte, 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 warte. Ja, der springt nicht durch die Wand, man. Sie sind sich in diesem Haus drin. Teammitglied ist dem Gulag. Komm her, komm zu uns, man. Egal, wir können Mission machen, wie wir gesagt haben, kommt. Adam, was ist los, man? Wir können Mission machen, oder? Ja, ja, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben. Adam, flieg zur Aufklärung gleich, Mann. Okay, Bruder. Scheiße, da waren schon welche, Mann. Gustav. Warte, 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 ich komm zu dir. Ah, meine Granate haben uns hier rein. Kieler, Bruder. Passt, wir wissen mal. Okay, beim Damm wird die Zone sein, Mann. Wir sind genau da richtig, Bruder. Wollen wir nicht da rauf gehen zum Damm, Damm? Gehen wir zum Damm jetzt schon? Ja. Passt. Ich hab Herzschlag-Sensor. Keiner dabei da, Mann. Dort ist Auto, Bruder, kommt mit, Mann. Nehmen wir Auto, fahren wir zum Damm raus. Flugzeug ist ja in der Gießen. Schau, wenn wir noch diese Aufklärung machen, Bruder, Bombe, wir wissen ganz genau, wo Zone ist. Ich komm, ich komm. Ich hab's auch nicht gemerkt. Ich bin am Steuer. Das ist mein Platz. Nehme die beiden von der Zeit. Bruder, hier können wir schnell was kaufen. Wenn ihr wollt, plündert's noch ein bisschen. Aber dann zum Damm, Bruder. Wir wissen dann genau, Zone. Was, Bruder, es wird beim Damm genau die Zone sein, Mann. Wir müssen ganz rauf, Bruder. Ganz rauf am besten, Mann. Hier ist ein leichter Spaßzeug. Ich bin am Steuer. Kaufe Gasmaske. Kaufe Gasmaske. Klemmboy. Habt ihr Klemmboy und so weiter? Kaufe Drohne auch eine. Drohne, eine Drohne. Warte, ich kaufe Drohne. Scheiß drauf. Rest, nehm mir den Gegner weg, Mann. Dort gibt's sicher noch Kisten, Mann. War mal. Warte, ich markier dir. Ganz nach oben, Bruder. Ja, aber du musst auf Autobahn fahren, ja, ja. Oder hier überhaupt noch keiner, Mann. All diese Aufträge sind weg, die Leute oben haben das auch gemacht. Egal, egal, egal. Aber wir haben zwei gemacht, Mann. Chill, Mann. Aber hier gibt's einen noch. Hier gibt's einen. Wir könnten diese nehmen. Scheiße, Marco, du bist gejagt, Mann. Ja, das ist die Drohne, das ist die Höchste. Ei, Hubschrauber ist sicher. Dieser Hubschrauber jagt uns, Mann. Oh, sind die Drohne, wer ist die Drohne? Aha, er ist in Garage drin, er ist in Garage drin. Einer. Aha, Schilder weg. Er läuft, er läuft, geh mal. Da sind noch zwei, Bruder. Auf Berg, Bruder, auf Berg. Hab ihn. Hab einen. Das sind diese, die uns jagen, Bruder. Fuck. Boah, da schießt du gut noch fix in den Weg. Okay. Wasili, kannst du dich beleben? Ja, ja. Wasili. Wir müssen diese töten, das sind diese, die uns jagen, Bruder. Sie wissen, wo wir sind, Mann. Ich hab auch einen tot. Ich hab so ein Schildwicht gemacht, er ist Wicht gelaufen. Einer noch, er ist nur noch einer geblieben, Bruder. Ich hab so ein Schildwicht gemacht, er ist Wicht gelaufen. Warte, ich weiß, wie ich ihn ficke, da von ganz oben, Bruder. Ah, er hat mich. Er wird einmal getroffen. Warte, ich ficke ihn jetzt. Ja, wie... Ja, wo ist... Ja, wir hatten ihn ja Wicht erst. Markiert ihn, Mann. Da oben ist er. Genau da hinten. Ah, da ist er, da ist er. Da ist er, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt zu euch. Er springt runter. Er ist runtergesprungen. Er ist runtergesprungen. Er ist runtergesprungen. Bruder, wir brauchen noch eine Drohne, Mann. Da fliegt er. Gibt's mir Geld. Markiert, in Bewegung. Okay, die sind weggelaufen. Wir drohen uns auf eins. Jagme ihn, Bruder. Kontrollme ihn uns hin. Warte, warte, Bruder. Er ist auf der Heli. Habe ihn, habe ihn, pass. Hast du auf Heli... Er hat Bazooka. Da hinten sind weg, da hinten sind weg. Habe eine Schild. Kann mir jemand Munition geben, wir müssen ein paar... Was? Wir haben ihn getötet, Bruder. Wir werden getroffen, da. Kann mir jemand Snapper-Mulition geben? Er wegs. Äh, komm her. Welche ist das? Warte. Ist es, äh... Die letzte, letzte. Ja. Danke dir. Das Gas breitet sich aus. Die Zone wird verlegt. Bruder, es werden aber viele zu uns kommen, Mann. Bruder, kauf mir Munitionskiste oder irgendwas. Bruder, wir haben ihn nicht genopiert, Mann. Ja, ich habe die Panzer nun kaputt gemacht. Ich habe die Panzer nun kaputt gemacht. Ja, K.O., K.O., ich habe ihn. Karasaua. Bruder, wir proben Klemmen und so weiter, Mann. Er hat sich wiederbelebt, diese Rate. Er hat sich wiederbelebt. Leute, haben sich geschess. Habt ihr Gasmasken, alles? Jaja, du? Ja Wo haben sie irgendwas fallen lassen? Wo haben sie sie getötet? Bruder, wer ist Bazooka? Schmeißt Bazooka hin, Mann Ja, sie kommen wieder, Bruder, mit Heli Scheiße, ich hab wenig Munition, Bruder Da ist einer, Jo! Hab ihn, hab ihn Sehr gut Bruder, wir müssen ihn plus kaufen, Bruder Ha, Heli kommt wieder Ich hab ihn getroffen einmal Einer ist runtergesprungen Ich hab ihm Veränderung kaputt gemacht, einen Ich hab keine Munition mehr, Bruder Ich hab keine Munition mehr, Bruder Ich hab auch keine Munition mehr Wir müssen Munitionskiste holen Leute, wir haben Geld, holen wir Geld ab Äh, wer braucht Kerlschlagsensor Nimm's Kommt her Kommt her Kommt her Ich geb euch Drohne Geld, kauft Drohne und so alles Fast, gib Holen wir unsere Waffen Schnell Bruder, von wo? Bruder, soll ich drohen? Bruder, soll ich drohen? Wir brauchen Munition, Bruder Ich hab keine Munition mehr, Mann Scheiße, wer... Himobad, komm her Kauf Munition Scheiß drauf, Mann Hier liegt Bargeld Wir brauchen unsere Waffen Wurde unsere Waffen holen, aber... Hast du, Marco? Da, ich schmeiße... Für Munition... Kiste Killer Kommt her Da, da, da Genau, dort sind Gegner, Bruder Kommt her, ich hab noch Geld, ich kann jemanden geben Ich hab Drohne gekauft Sagt mir... Da, da, da ist Geld, schau Da, hinter dir ist Geld, schau Aber was wollen wir kaufen noch, Bruder? Gibt mir Geld, dann kauf ich, gib mir Geld Ich kauf Drohne, gib mir Ich hab eh eine Drohne, Mann Ja, aber dass ich noch eine hab Ah, ok, passt Bruder, wir brauchen Klemme und so, Bruder 13 Gegner, passt auf, Jungs Da Wo sind die? Ich hab keine Munition, Alter, zum Schießen Da, Munition, Kiste liegt dort unten Wo, 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 wo Da, Bruder Er hat gekauft, Mann Wir laufen wie Arme, er ist in der Trug, Alter Komm her Bruder, ich hab nicht gewusst das Bruder, es ist explodiert, Bruder, es ist zu spät, Mann Aber warte Scheiße, Mann Kannst du mir, kannst du mir geben Scharfschütze, schau mal Ich hab nicht mehr, Bruder, ey, wer hat Scharfschütze von euch? Kannst du mir geben, brauchst nichts Das Gas breitet sich aus Das Gas breitet sich aus Ich bin da, wo bist du? Ich hab dir eine Drohne, scheiße, zur Sicherheit Radarsuche wird gestartet Ah Kannst du mir geben und, wo bist du? Ah, genau Danke, danke Bruder Es ist dabei keiner bei uns, Mann Aber bei uns Scheiße Die kommen alle hierher, Bruder Die wissen auch, dass Zone hier wird Bruder, es kommen jetzt von links und rechts Jemand, Mann Geh mal da nach oben, äh, ins Feuerwehr-Dingsda Aber ganz nach oben, Mann Ich rücke vor Feind Ich rücke vor Ich rücke vor Ich habe ein Ziel nach hier, rücke vor Oh, Bruder Schwer? Schwer? Warte, Mako, lass mich rauf kurz Bruder, die kommen jetzt alle zu uns, passt auf, Mann Versteckt euch irgendwo gut, Mann Ah, vergiss, wir müssen jemanden töten und sein Geld wegnehmen, dann können wir kaufen Wir haben hier alles Kiste zum Kaufen, Mann Ey, Gegner, Gegner Wo sind sie? Ah, passt, jetzt können wir, glaub ich, was kaufen, oder? Ich habe eine Drohne Ich habe eine Drohne, soll ich auch machen? Da ist mein Geld, da ist mein Geld Egal, kommst du noch eine Drohne Gibt's mir Geld? Besser, Bruder, Pressionflutschlag Wo ist Geld? Ja, gib mir Geld, ich brauche Präzisionsschlag Marco, Bruder, gib mir Geld Ich brauche Präzisionsschlag für uns Geh mal rüber über die andere Seite, mal Ich geh auch rauf, Bruder Ja, Leute, gehen wir zu dem dort Wir brauchen noch einen Hunderter, dann können wir Schilder kaufen Scheiße, Bruder Ich kann ein Schild hergeben Ich kann auch Schilder geben, Bruder, ich habe vier Stück Na, gib mir dann zwei, oder so Dann nimm von ihm zwei, ich habe nur zwei Da, Bruder Da, Bruder Bruder, da unten sind Ohrgegner, aufpassen, gell Soll ich Drohne anmachen, oder nicht? Sag's mir dann Geh mal rüber, und die wir auf halbe Weg, klar Wohin willst du? Da drüber Bleib mal lieber, dann Vielleicht kommt Tony, geh und wir haben gute Platz Hier Ich komme, ich komme, ich komme Achso Hinter Haus sind die, oder was? Nein, 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 ist runtergefahren Aber hinter Haus müssen wir auch schauen, Bruder Bruder, schaut, geh mal in diese Häuser rein Da ist keiner mehr Bruder, dort sind viele, siehst du nicht? Auto fährt vorbei, Mann Aha, da ist Gegner Bruder, die Zone ist nicht bei uns, Mann Aber es werden viele zu uns gleich kommen Wo sind sie gegen ihn? Er ist hinter Steinen, Bruder Welche Steine, mach geht's, mach geht's Ja, diese Diese? Ja Ja, bewegt dich was Nur einer, vielleicht ist er schon tot Soll ich Drohne anmachen? Ja, mach Drohne an, mach Drohne an Geh mal rüber, komm Komm, aber komm zu uns, komm zu uns Ey, fahren wir mit Auto, oder? Ja, wir haben es auch raus Das ist zu offen, Bruder Ja, offen, aber wir müssen rüber Wir müssen rüber, leider, Bruder Ist zwar schon offen Sonst Glanz kommt, wer ist hier genau von unserer Seite Ja Ich schau kurz, wo er wo ist Wir sind da im Nebenhaus von uns Einer Und oben drei Ja, die werden alle zu uns kommen Von hinten kann uns keiner überraschen Das ist das Gute hier Das ist das Gute hier Das ist das Gute, ja Da hat er SUCKER Ah Egal Bruder, bleib Ich hab noch Gulag, Bruder Cheers, Mann Aha, Gegner, Gegner Wenn ihr sterben wollt, dann sterbt sie jetzt Kommen, 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 kommen Na, versteckt euch, versteckt euch, versteckt euch, versteckt euch besser Da ist der Gegner, da ist die Zweck in der vier Wer helfen kann, dann helfen, schnell Ah, bei mir ist noch einer Kommt her, kommt her Er kommt runter, Bruder, pass auf Egal, wir sind noch im letzten Moment, Gulag, die kommen Mit Schilds, Mann Ey, Scheiße, warte, was hier Warte, ich sag dir gleich, warte, ich sag dir gleich, Han Der Kampf ist gestartet Mach dich Kampfbereit Du bist gleich dran Draußen? Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück Wir beginnen jetzt Ok, Marco, warte, warte, ich sag dir eine Ey, jetzt in der Mitte ist er, steht doch noch immer hinten Warte, jetzt ist er links von dir, links Steht da, steht da links, steht links Steht da links, steht links Links wieder Du hast es unter dem Bessig 25 geschafft Mitte, Mitte, Mitte ist er, jetzt direkt, rechts Ich weiß nicht, rechts sehe ich mich Äh, rechts, rechts Rechts, rechts Rechts, rechts Kommt rechts, kommt zu dir, kommt zu dir Rechts, rechts Ja, komm zuerst, Mann! Ja, Mann. Ui, da. Ich glaub, Vasili, du musst kein Gulag machen. Du kommst einfach so raus. Ich hoffe. Ich sind schon 8er, yo! Ja, Mann. Ich hoffe, dass ich reinkomme jetzt. 15 Sekunden. Bruder, flieg uhr langsam, okay? Wenn du reinkommst in 15 Sekunden, flieg ganz langsam, Mann. Gulag ist geschlossen, du kommst so oder so jetzt schon raus, Mann. Bruder, vielleicht... Soda verkleinert sich. Ja. Du bist fix draußen. Scheiße, Mann. Marco, du musst Auto nehmen, jemanden überfahren. Bruder. Ja. Versteckst du dich im Gebüsch? Ich hol dir die Fahrradlieferung, ja? Bruder, keine Munition hast du das, das Meier. Ja, aber... Bist das auch... Bist das... Keine Ahnung. Ist halt los. Davai. Komm, gleich Marco zu dir, warte. Boah, Bruder, fast wirst du gestorben, Mann. Ja, aber ich muss das auch versuchen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Uwe ist sicher als Zone gefunden. Verleih, du musst rauf, Mann! Äh... Ich glaub du kommst gar nicht mehr rauf. Geh schnell, 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 bevor Gas kommt. Warte, warte, warte. Marco sind sie bei mir Gehst du nicht raus, pass schon, bleibst du hier Wir sind schon siebter, Bruder Wir waren dritter letztes Mal Das heißt, zweiter muss sein Du kommst hier nicht drauf anders Egal, Vasili Du bist in Zone dabei, Mann Das Gas breitet sich aus Jetzt kommt Gas, na, hier kommt Gas schon Hier kommt Gas, hier kommt Gas Hier kannst du nicht drauf, hier kannst du nicht drauf Hier kannst du nicht drauf Bleib ruhig, bleib ruhig Geh in diese Gebäude kleiner, wenn du kannst, Mann Bleib drinnen Ah, da ist der eine Lass, 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 lass Sniper, krass, aber Kopf, Kopfschuss, muss Direkt sein, Mann Ja, Mann Jetzt nochmal Killer, Bruder 13 Leute Warte, ich hab eine Bleib so Bleib so, perfekt Du bist perfekt, Vasili Marco, du bleib dort, wo du bist Da ist noch einer, pass auf Das Gas breitet sich aus Na, da sind Schuhschilder Pass auf, Vasili Gas Er hat sich Bruder, geh in diese kleine Gebäude rein Rechts, Bruder Da ist keiner mehr, da ist keiner mehr, Mann Oja, oja, was ist das, was bewegt sich das, hast du gesehen? Ah, nein, das dreht sich irgendwas Oh Nein, nein, nicht hier, nicht hier, so kommst du nicht drauf Warte, 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 ja, ja Der da war das Der da war das Der hab ich zu spät gesehen, Alter Fix ein Leben, Alter Marco, bleib dort, Mann Alles auf dich, Mann Alles auf dich Jetzt musst du zeigen, dass du dritte schaffst Nein Bruder, wir sind besser, Bruder Wir sind ganze Zeit Top 10, Mann Aber ja Erster muss jetzt langsam